bevor es wieder alles anfängt wollte ich noch schnell was gleich sagen einige kommentare haben geschrieben ich kann schneiden und habe ich heute mal richtig geiles auf die beine gestellt ich habe das jetzt mal über computer geschnitten statt mein handy und ja die meinungen sind alle meine eigenen meinungen und hat mich nicht deswegen und viel spaß bei zehn arten von zehn boys von b c n also berlin tag und nacht viel spaß ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020